Wenn ein Kunde Probleme mit einer Maschine hat, fährt ein Service-Monteur raus, oft mit einem Azubi, also mit einem von uns, schaut sich das Problem an, versucht es zu lösen. Wenn es eine größere Reparatur ist oder eine größere Fehler sucht, dann kommt die Maschine zu unserer Werkstatt. Man kommt drauf durch. Allein das Interesse an große Maschinen, generell auch. Das Fahrrad und zum wissen, wie die Technik funktioniert, die Kräfte, wo man natürlich gut geht. Eigentlich Elektrik und so, das fasziniert mich schon, wie man mit einem Schalter so ganz große Sachen steuern kann zum Beispiel. Dass man die nicht mit dem Lenkrad steuern muss, sondern nur einen Schleuchteg hat. Also eine Werkstatt, das ist richtig cool. Man kommt mit allen klar, kann mit jedem lachen. Und wenn es ernst wird, dann gibt es auch mal kurz auf den Ton. Aber danach haben wir wieder Spaß am Arbeiten. Und wenn es aus! ... ... wie